Bisschen ihm. Es wird mal Löw passiert. Er ist nicht rechtzeitig auf Toilette gekommen. Die war auch meine Schuld. Ich hatte ihm zu viele Aufträge gegeben, dass das leider nicht geschafft hat. Aber es wird überstehen, denke ich auch. Ich habe auch ein bisschen Spaß. Warte. Was ist denn da los? Oh nein. Alles kaputt, was er anfasst. Was ist denn da los? So, wer braucht... Also muss ich spielen. Spiele ein bisschen Musik. Nein. Ganz gelten, nicht spielen. Üben, üben, ein bisschen. Macht nur Spaß. Will er lesen? Okay. Also, hallo, komm raus, sind wir fertig? Na, ich finde das doch voll. Oh, ist der Toilette. Ja. Er freut sich wieder. Siehst du wohl, wieder gute Laune. Eine Stunde, was sei los? Schnell Mahlzeit nehmen. Hm, 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 hm. Er hat noch ein Butter-Judice, der Bitch. Hm, nee. Äh, lalalala. Tee-Ges, Neu-Wasser, Seralien. Mikrofon, wir haben keine Mikrofon, ne? Ich habe keinen Käse, Sunfish, auch wenn der kommt. Mal was für nünftiges zum Frühstück. Wenn er das dann fertig hat, schafft er es dann rechtzeitig fertig. Ich glaube, er hat noch ein Lunchpaket bei sich in der Tasche. Brauch er gar nicht. Ich glaube, er hat noch ein Lunchpaket bei sich in der Tasche. Wo ist das? Was da ist das? So, ein Bett legen, das Paket auspacken. So. Ja, was ist denn los? Was ist denn eh zur Schule? Später. Ja, da geht er. Leider verschwinden die einfach hier. Sie waren seit zwei und drei, wo sie dann kurz verschwinden. So. Aber die Tola, die Tola kann aber hier, wo wir es hören. Klasseninterview. Timo ist der Klassenbeste und soll heute von der ganzen Klasse, wo holt ich meine Brille? Wo ist meine Brille? Das ist unscharf. Ah. Von der ganzen Klasse interviewt werden. Er ist ziemlich aufgeregt und ein Kind fragt, warum schreibst du immer nur einzeln? Soll er sich eine kluge Antwort ausdenken? Oder einfach ehrlich sein, wie die Lehrer es ihm gesagt haben? Äh. Witzig sein? Ehrlich sein? Nee, irgendwie. Witzig sein, natürlich. Ein Kind. Was ist los? Timo versucht, witzig zu erwarten. Das vor der 1.0 kommt und er hat etwas wieder ab. Er ist in der Schweigen und er scheint sich auch still zu bleiben. Eine Frage beantwortet jetzt bleibt noch 20.000 übrig. Das wäre der längste Unterricht seines Lebens. Ach, schade. Hat das geklappt? Ja, schade, schade, schade. Da brauchen wir nicht in Stimmung Witze zu machen. Ist ein bisschen beschrieben. Na, krass. Hm. So. Hm? Wolltst du nicht reparieren? Reparieren. Hast du da Hunger? Hast du nicht dick genug? Hm, ne? Dann am Brandstab, wie was können wir denn? Eier und Toast, Omelette, Pfannkuchen, Speck, Salat, Tomaten, Zell, Fisch. Oh, das klingt gut. Das kann ich aber machen. Und dann lässt du hier mal aufruhen. Zack. Jupp. So. So, jetzt in der Schule. Faulinsen, fleißig lernen, Freundschaften schließen. Gut. Hauen wir mal. Ein bisschen Freundschaften ausbauen. Okay. Teil plündern. So. Okay. Huch, er geht gleich schlafen. Oh, hi, Dingo. Wir finden es toll, wenn du unserer Gruppe die, was, die Dohle beitreten würdest. Was sagst du dazu? Ah, ich glaube, nein. Wir haben die Gruppe. Ähm, er muss seine Hausaufkommen mit Sicherheit machen. Ausgaben, zack. Ach so, falscher Knopf. Wie groß ist es auf jeden Fall? Dann sollte er noch mal einen kleinen Snack essen, eine schnelle Mahlzeit. Ach so, dann wird's ja rallieren. So, zack, wohnen wir zu. Beschleunigen wir mal. So, muss ich essen. So, okay, stehen rumarmt. Hopp. Muss ich essen, okay. Jetzt geht er wieder schlafen. Hm. So, dann ist er fertig. So, aufräumen, wir müssen ihn aufräumen. So, ich lass ihn ja nicht schlafen. Und dann das hier, aber er wird platziert und kann das auch noch fertig machen. Wo platziert er ist denn? Okay. Er hat's irgendwo platziert. Ich weiß noch nicht, wo er so platziert hat. Ach, da. Okay. Rolltür. Ja, warten wir erstmal, bis er fit ist. Was ist denn? Ach, hat wieder Monster an dem Bett. Ach je. Okay. Ja, komm vorbei. Äh, ist in Ordnung, komm vorbei. Hm. Na? Sie hat's eh tut was gegen die Monster. Okay. Ähm. Hm. Hm, man schlafen kann da nicht. Jetzt wollte sie nicht, was wir gegen die Monster tun. Hm. Hm. Hat er jetzt? Die alte Zeit. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Und, Bettruhen. Ich bin mal aufgeregt, hm. Ah, Mann. Man muss auch noch Bett spielen. Hm. Wie das? Hm. Hm. Okay. Ich bin gruselig, oder? Haha. Amikasaur? Inspiriert. Sie jetzt. Okay. Ich bin gruselig. curtain. Ah. Ich bin gruselig. Ich bin gruselig. Sehr süß. Wim gruselig. Ich bin gruselig. Ich bin gruselig. na klar verschwindet aber nicht ach da Julien! Haben wir es gegessen jetzt? Jawohl! Wann ist das Laufen? Oh! Was Team muss er drüber? Achje! Team ist ein Etcher geworden. Das ist eine große Flammwände! Team muss er andere geworden. Sport, Kreativität. Wir bleiben bei Kreativität, ne? Musikkalische Chemie. Ja, wir haben uns irgendwie Musik Bleiben wir auch in der Richtung Was haben wir dann da? Kübler, Tramblein, Fröhlich Mal Wie ein Merkmal? Spinner, Nico Cat, Genie Selbstsicher, romantisch Was haben wir dann noch? Kreativ Zack, ja Oh Das ist ja schon groß Oh je Unsere Outfit natürlich ändern Ah, nicht ändern, ja Outfit planen Outfit planen So Ja, okay Okay, das Outfit planen Ja Das machen wir Ja, nicht Das mache ich dann in Ruhe Das wird ein bisschen zu langweilig Ich glaube ich auch Das haben wir ja nun ein paar Mal schon gesehen Wie Outfit geplant wird Und so Deswegen Ja, verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal Und wir sehen uns Beim nächsten Mal Ciao